So, hallo. Ich möchte euch heute ein Schieneradio von Erisin vorstellen. Die Lieferzeit betrug 10 Tage ohne Zoll. Kaufpreis war 325 Euro inklusive mit allem. Das Radio hat DVB-T, dann iPod-Anschluss, dann Lenkrad, Steuerung, 8 Zoll. Ich bin sehr begeistert von dem Radio. Jetzt möchte ich euch mal ein bisschen was zeigen. Hier ist die Klimaanlage. Temperaturen stimmen auch. Sitzheizung. Dann hier. Auf täglich 1500 Kalorien, alle vier Jahre ein paar Schuhe, alle 98 Jahre und bis in alle Ewigkeit keinen Putzeimer. Ich kann auch umschalten, die Kamme umschalten, am Lenkrad. Vielleicht auch noch das Feind. Denn manche Pflanzen im Kräutergarten können ganz üble... Und der Schlupf unter anderem auch dem Steinmauer. Er ist der gefährlichste Feind der Kreuze, wenn er sie in der Bruthöhle überrascht. Und der Navi ist das Ico 8. Funktioniert auch hervorragend. Mit ihrem Kindergesicht und dem etwas ängstlich unbeholfenen Wesen unterscheiden sich die Jungkreuze noch deutlich von den strengen und erfahrenen... Das Radjad TMC, habe ich extra bestellt, hat mich 5 Euro gekostet. Hier sieht man es. Das Radjad 3D. Bluetooth. iPod. iPod. Radio. Was ich nicht wusste, das Radio selber hat sogar RTS. Man sieht es hier oben. Hier steht es. Und hat auch gleichzeitig Informationen, was gerade laufen tut. Und an Musik. Wenn ich jetzt eine Rückfahrerkamera hätte, dann würde das Auto funktionieren. Das Auto funktionieren. Und dann wäre das Auto funktionieren. Also wäre es so ganz gut. Das ist hier oben. Dann hätte ich noch was. Da ist die Nummer. Was ich jetzt? Ich bin jetzt da, da ist ein Video. Das ist ja mal so gut gemacht. Und dann habe ich das jetzt. Und dann gehe ich, da war Zeit. Ich bin jetzt mal so gut los. Und da ist das Auto funktionieren. Vielen Dank.